Hallo, hier ist Christoph und wir sind hier noch immer am Stand von Samsung und schauen uns das neue Zubehör des Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition an. Samsung hat das neue Book Cover vorgestellt. Es kommt in mehreren Farben. Dabei gibt es die Farbe Weiß und Schwarz, die in dem Kunstleder gehalten werden, aus dem das Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition ebenfalls besteht. Zudem lässt sich das natürlich auch gleich als Stand benutzen, wodurch man das Tablet praktisch aufstellen kann. Weiteres gibt es dieses Book Cover in den Farben Pink, Blau, Orange sowie auch Grün. Die letzten Farben bestehen allerdings nicht aus Leder, sondern aus einem Kunststoff, der sich aber trotzdem hochwertig anfühlt. Zusätzlich gibt es auch noch das Cover von Moleskine. Dieses wirkt nicht nur äußerst hochwertig, sondern kommt auch im Design eines Notizbuches. Das war auch schon das Zubehör für das neue Samsung Galaxy Note 10.1. Ich bin Christoph und danke fürs Zusehen.